Hallihallo! Heute gehen wir weiter mit dem zweiten Teil von unserem Lied. Möget ihr euch erinnern? Mambo, Maribo, Tuluba, Ramba. Und der zweite Teil fängt an mit Tuluba. Und das ist auf den Beinen. Tuluba, Ramba ist auf den Füssen. Also heisst es, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Malibo. Erinnern ihr euch? Das ist auf der Brust da oben. Also gehen wir nochmal. Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Malibo. Wir probieren es gerade mit singen. Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Malibo. Geht man? Machen wir es gerade nochmal. Hilf euch nochmal. Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Malibo. Malibo, Malibo, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba. Und jetzt haben wir das Ganze zusammen. Probieren wir mal von Anfang an. Malibo, Malibo, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba. Malibo, Malibo, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Malibo, Tuluba, Ramba. Jetzt hätten wir das Ganze zusammen. Jetzt probieren wir es nochmal. Malibo, 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 Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba. Malibo, Malibo, Tuluba, Ramba, Tuluba, Ramba, Malibo, Tuluba, Ramba, Malibo, Tuluba, Ramba. Ist es gegangen? Ich hoffe sehr, dass wir das nächstes miteinander in einer Probe, in einem Training singen dürfen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.